So sieht es im Fernsehen aus, das hessenschau-Studio. In Wirklichkeit ist es allerdings ein klein wenig schlichter. Wie man hier sieht, das ist das schöne Grün von der Wand. Dann kommt das schöne Grün vom Tisch. Und dann kommt das andere schöne Grün vom Nachrichtenmoderator. Das ist einfach richtig schön grün. Ja, schön grün. Alles außer hessenschau-Moderatorin Christine Gesang im Studio wird vom Computer auf den Bildschirm gebracht. Am Anfang ist es komisch und man steht so ein bisschen verloren im Raum. Aber es ist eine sehr, sehr konzentrierte Atmosphäre hier. Ich mag das. Ich nenne das hier mein grünes Wohnzimmer. Sie hat ja auch noch ein paar Mitbewohner in ihrem Wohnzimmer. Anstatt drei Kameraleuten an drei Kameras gibt es nur noch zwei Joysticks mit einem Kameramann, der alles steuert. Uwe Klörs. Man stellt sich auch einen Trichter vor. In dem Trichter oben kommen drei Kameras rein. Das läuft hier unten aufs Pult zu. Das heißt, es ist schon eine erhöhte Konzentration erforderlich, um das zu koordinieren. Ja, denn ohne Konzentration kann es passieren, dass unsere Moderatoren plötzlich Gliedmaßen verlieren. Und jetzt ist die Hand weg. Und jetzt bin ich weg. Und dann? Sieht im Fernsehen doof aus, ist aber ungefährlich. Und solange alles gut läuft, sieht das grüne Wohnzimmer im Fernsehen eh so aus.